Musik Herzlich willkommen zur nächsten Runde extra Magazin TV vom Business Talk und ich freue mich heute ganz besonders, Dr. Gunther Kremmer, Vorstand Finanzenpersonal vom Schultheißprojekt hier begrüßen zu dürfen. Herr Czannan, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich hier sein zu dürfen. Wie geht es Ihnen persönlich momentan aufgrund der Lage? Bei uns selber, bei der Schultheißprojektentwicklung, wir haben bereits relativ frühzeitig die Zeichen der Zeit erkannt, haben Hygieneschutzmaßnahmen eingeführt, die Zugänge ins Gebäude begrenzt, eine klare Regelung eingeführt zur Handdesinfektion, haben Homeoffice eingeführt bis zu der Hälfte der Mannschaft und wir sind bis jetzt, toi toi toi, von dem ganzen Thema Corona nicht betroffen. Also was jetzt Personen angeht und sowas, glaube ich, haben wir 2009 gegründet das Ganze und haben auch neues Gebäude bezogen. Wie viele Menschen sind denn in diesem Schultheißprojekt mit beteiligt? Wie viele Mitarbeiter haben Sie ungefähr? Also die Schultheißprojektentwicklung AG ist ein Unternehmen, der Schultheiß Holding GmbH, Alleineigentümer der Herr Konrad Schultheiß. Unter dieser Firma, unter dieser Gruppe hängen circa 22 Firmen und davon haben sechs Firmen Mitarbeiter. Das heißt also, viele Projektgesellschaften, die von der AG mitbetreut werden und natürlich einige Firmen, die wirklich sozialverzicherungspflichtig Angestellte haben, zum Beispiel unser Servento, zum Beispiel die Betreiber Mietverwaltung, zum Beispiel die Schultheißsoftware AG. Die Hauptfirma mit der Hauptanzahl der Mitarbeiter ist die Schultheißprojektentwicklung AG und insgesamt sind im Gebäude circa 130 Personen beschäftigt. 130, das ist schon eine ganz schöne Zahl, aber jetzt haben Sie gerade gesagt, es sind ja mehrere Firmen mit beteiligt. Was kann man sich jetzt darunter wirklich auch vorstellen? Was ist Ihr Aufgabenbereich, was machen Sie dort genau? Der Aufgabenbereich ist relativ einfach. Wir schaffen Wohnraum und zwar in jeder Art, in jeder Größe und ich möchte nicht sagen in jeder Güte, aber in einer unterschiedlichen Ausstattung der Güte. Das heißt, wenn wir jetzt auf den Bauträgerbereich gehen, wir sind ja reiner Wohnungsbauträger. Das heißt, wir suchen Grundstücke, wir beplanen die Grundstücke, wir stimmen das Baurecht mit der Stadt ab. Danach geht es in den Einkauf der Bauleistungen, den Vertrieb, die Konzeptionierung und letztendlich natürlich die Realisation bis zur Übergabe an den Kunden. Und das im Bereich von geförderten Wohnungsbau, was im Augenblick ein Schwerpunkt unserer Tätigkeit ist, bis zu, ich sage es mal, Luxussegment, wobei realistisch betrachtet, in Nürnberg wurden letztes Jahr circa 1800 Wohnungen fertiggestellt. Davon waren, glaube ich, acht bis zehn Wohnungen im Luxussegment. Das heißt, Sie sehen, dieser Bereich ist eigentlich irrelevant. Jetzt haben Sie, glaube ich, gleich am Anfang oder in den ersten Jahren 96 Einheiten aufbauen können. Das ist schon eine ganz schöne Anzahl. Und das Ganze ist auch noch zum Großteil auch schlüsselfertig, was Sie da machen. Also wir liefern ausschließlich schlüsselfertig, ja. Und aktuell haben wir circa 500 Einheiten im Bau. Wir warten auch auf einige Baugenehmigungen. Da dürften circa 700 Einheiten im Bau sein. Wie war denn das jetzt in den letzten Wochen Corona? Da gab es die Beschränkungen. Wie hat sich das zum Beispiel auf den, ich sage mal, Bauplätzen ausgewirkt, das Ganze? Konnte man trotzdem noch so weitermachen? Oder gab es auch für Sie eine Einschränkung, wo Sie sagen, nee, wir müssen warten, wir hatten ein bisschen Stillstand. Wie lief das da bei Ihnen ab die letzten Wochen, Monate? Wir hatten mit einer einzigen Rohbaufirma, die hauptsächlich polnische Mitarbeiter beschäftigt, etwas Diskussion wegen Heimfahren und Nicht-Heimfahren. Also unsere Vertragspartner sind grundsätzlich Unternehmen hier im Großen und Ganzen aus der Region. Worauf wir dann natürlich keinen Einfluss haben, ist, welche Arbeitnehmer diese Firmen wieder beschäftigen. Es gab dann die Diskussion, ob diese Menschen aus Polen nach Hause fahren oder nicht nach Hause fahren. Und dann haben wir gesagt, ihr könnt gerne nach Hause fahren, ihr wisst ganz genau, damit ist euer vier Wochen Jahresurlaub erledigt. Zwei Wochen Quarantäne in Polen, zwei Wochen Quarantäne bei uns, das war es dann. Wie im Ergebnis, die Arbeiter blieben hier und die Baustellen laufen. Es laufen alle Baustellen. Wir haben coronamäßig auf der Baustelle selber keine Einschränkungen. Bei uns im Betrieb ebenfalls nicht, weil wir rechtzeitig ein Hygieneschutzkonzept erarbeitet haben und ganz gezielt die Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt haben. Was dann dazu geführt hat, dass so nach vier, fünf Wochen die ersten Mitarbeiter angerufen haben, bitte, bitte, lasst mich wieder ins Büro, ich dreh zu Hause durch. Das ist auch keine einfache Situation, wenn man das gewohnt ist. Ich meine, ich sage es mal ein bisschen übertrieben, der Deutsche ist ein Gewohnheitstier. Man macht sich in der Früh fertig, geht ins Büro. Jetzt, ich weiß nicht, wie viele Mitarbeiter auch noch Kinder haben. Das ist ja das zusätzliche Problem gewesen. Also du hast deine Arbeit zu Hause gemacht und hast gleichzeitig noch das Homeschooling gehabt. Das ist natürlich schon eine spannende Geschichte, die nicht jeder so einfach packen kann. Sind die meisten jetzt schon wieder bei Ihnen im Büro oder wie viele sind noch im Homeoffice? Also wir haben letzte Woche das Thema Homeoffice per Decret aufgehoben. Es gibt Mitarbeiter, die sagen, ich möchte weiterhin im Homeoffice arbeiten, zumindest schwerpunktmäßig. Wenn ich bestimmte Arbeiten abschließen muss, brauche einfach mal 10, 12, 20 Stunden meine Ruhe ohne Störungen. Wir haben jederzeit selbstverständlich möglich. Das war vorher aber auch schon möglich. Und wir haben, weil Sie es angesprochen haben, kinderbetreuungsmäßig. Wir haben einen einzigen Fall einer Mitarbeiterin, die jetzt das Angebot der Bundesregierung angenommen hat, bis für sechs Wochen eine Kinderbetreuungspause zu nehmen, weil sie zwei kleine Kinder im Kindergartenalter hat und die Krippen geschlossen sind. Bis jetzt hat sie es per Homeoffice überbrücken können. Sie sagt, sie hält es einfach nicht mehr aus. Es ist nicht machbar, die Doppelbelastung. Das ist eine enorme Belastung jetzt auch mit Kindern und auch ohne Kinder. Hat man ja auch in der Presse mitbekommen, dass viele Leute sagen, so wie Sie es gerade dargestellt haben, bitte lasst mich wieder ins Büro, weil man es nicht gewohnt ist, weil man hat diesen strukturierenden Arbeitsablauf gar nicht. Und zu Hause ist es natürlich, wenn das einer nicht kennt, ist es wahnsinnig schwer. Jetzt haben Sie gesagt, Sie konnten trotz der Corona-Krise durcharbeiten. Hat sich das irgendwie aber spürbar doch irgendwo so hingelegt, dass man gesagt hat, dass jetzt viele Kunden gesagt haben, nee, wir warten nochmal, weil finanziell ist ja für viele auch ein Einbuße da gewesen. Haben Sie da irgendwas spüren können? Also wir hatten im Privatkundenbereich im ersten Quartal das beste Quartal, das wir jeweils hatten, im Einzelverkauf. Wir hatten allerdings, was die Neuinteressentenzahlen betraf, zwischen ungefähr Mitte März und Mitte April einen deutlichen Rückgang. Ganz einfach dadurch, es waren keine persönlichen Gespräche möglich. Du konntest keine Interessenten auf die Baustellen führen, du konntest keine Konzepte erklären, nichts. Das war ein von jetzt auf null und zwar sofort. Wir haben genau gemerkt, okay, nach diesen vier Wochen, ab Mitte April, war dann klar, wie ist ein Zusammenarbeiten mit fremden Menschen möglich. Seitens der Bayerischen Staatsregierung gab es ja da die ersten Vorgaben. Und ab dem Augenblick waren wir wieder in der Lage, Gespräche mit Interessenten zu führen. Und seitdem gehen die Interessentenzahlen in eine, ich sage mal, nie geahnte Größenordnung. Was natürlich damit zusammenhängt, dass die Staaten aktuell die Europäische Union mit Geld fluten. Ich bezeichne ihn mal grob mit Fluten. Es wird sehr viel Geld undifferenziert in den Markt gepumpt. Es gibt ja für nahezu jede Berufsgruppe ein Förderpaket. Und die Menschen haben Angst um das, was sie sich erarbeitet und erspart haben. Und letztendlich, die Immobilie ist, ich sage mal, eine sichere Geldanlage. Wenn das Geld nichts mehr wert ist, wegen Inflation, die Immobilie steht da. Die Immobilie ist dann durch die Inflation quasi automatisch abbezahlt. Und entweder ich nutze sie selber oder aber die Immobilie ist vermietet. Und infolge der Inflation generiere ich eine höhere Mieteinnahme. Jetzt haben Sie gerade gesagt, also es ist gerade momentan sogar verstärkt. Wenn jetzt viele Anfragen kommen, wenn ich jetzt heute zu Ihnen komme und sage, Mensch, ich hätte gern ein Objekt. Wie lange ist denn dann jetzt momentan die Wartezeit? Können Sie das irgendwie abschätzen? Wenn Sie sagen, Sie hätten jetzt gerne ein Objekt, dann ist die Frage, in welcher Lage und was genau hätten Sie gerne. Wenn ich sage, wir haben 500 bis 700 Einheiten im Bau, dann verteilt sich das natürlich auf ca. 15 Baustellen. Davon sind welche in der Fertigstellung. Die werden jetzt übergeben. Die sind leider ausverkauft. Und dann gibt es natürlich Einheiten, die sind, da haben wir gerade mit dem Aushub, mit dem Rohbau begonnen. Und dann kommt es auf die Größe des Objektes an. Werden wir diese Objekte Ende des Jahres fertigstellen? Anfang nächsten Jahres oder eventuell sogar erst Ende nächsten Jahres? Zum Beispiel die Innenstraße, ein relativ großes Projekt mit über 100 Einheiten. Das bauen wir auch nicht in neun bis zwölf Monaten. Da brauchen auch wir 18 Monate dafür. Und dann bist du automatisch über den Jahreswechsel drüber. Jetzt gehe ich mal in das Persönliche. Jetzt bin ich zum Beispiel jemand, der sagt, Mensch, wir hatten es vorhin mit Tradition und sagt, jetzt habe ich mein Häuschen, gibt es ein Richtfest. Und jetzt gehört so Tradition dazu. Richtfest wäre aber gar nicht möglich gewesen. Jetzt weiß es noch gar nicht, ich glaube, 50 Leute oder 100 dürfen draußen. Ist es wirklich so einfach, wie die Regierung das teilweise darstellt? Also wir machen im Augenblick eine Art elektronisches Richtfest. Das heißt, die Kunden bekommen ein Richtfestgeschenk. Die Kunden bekommen einen Kurzfilm der bisherigen Baumaßnahmen. Bekommen eine Grußbotschaft des Bauleiters, eine Grußbotschaft ihres Verkäufers. Ich sage es ganz ehrlich, wir trauen es uns nicht, aktuell ein Richtfest zu feiern. Aber wenigstens eine Lösung. Also ich habe schon mal gesagt, Corona ist ein hartes Problem, fördert aber Kreativität. Und da höre ich das schon raus, dass sie sich trotzdem weiterentwickeln und sagen, wir müssen irgendwie ja die Kunden auch, ich sage mal immer bei Laune halten, stimmt nicht, aber irgendwie uns um die Kunden kümmern. Und das ist ja dann damit auch wunderbar gegeben. Wenn Sie jetzt nach vorne schauen, wie sehen Sie jetzt momentan diesen Ausblick, wenn Sie sagen, tut sich da nochmal was verändert oder hat sich das Ganze auch ein bisschen verändert von der Arbeitsweise? Müssen Sie, wenn Sie nach vorne gucken, irgendwas Neues anpassen oder sagen Sie, Mensch, jetzt haben wir es so weit überstanden, wir können so weitermachen, wie es war? Also das Thema, wir machen so weiter, wie es immer war, das war noch nie unser Thema. Weil ich sage auch, Leute, ich sitze nicht in der Höhle und warte auf die Mammuts. Leider gibt es keine Mammuts mehr, also sterbe ich aus. Das heißt, wer sich nicht weiterentwickelt, stirbt aus. Es wird immer neue Konzepte geben, es wird immer neue Ideen geben. Aktuell ist es so, dass die Stadt Nürnberg seit circa 2000 kein neues Bauland ausgewiesen hat. Das heißt, was wir jetzt ganz konkret machen, sind Baulandentwicklungen. Das heißt, wir kaufen Brachflächen, Ackerflächen und entwickeln diese zu kompletten neuen Baugebieten und schaffen in diesen Baugebieten Wohnraum für Menschen. Es ist ja nach wie vor so, dass die, der engere Metropolregion Nürnberg, also Nürnberg, Fürth, Erlangen, eine reine Zuzugsregion ist und weiterhin eine finanzstarke Zuzugsregion. Auch wenn es jetzt aktuell etwas gedämpft ist in Folge Kurzarbeit bei zum Beispiel Schäffler oder Adidas. Das ist aus unserer Sicht ein vorübergehendes Phänomen. Das wird sich vielleicht noch bis Ende des Jahres in einer eventuell auswirken in Bezug auf hochpreisige Immobilien. Ansonsten sehen wir hier keinen Einfluss. Was jedoch ganz, ganz stark kommen wird, ist definitiv die Nachfrage nach preisgünstigem Wohnungsbau. Deshalb haben wir bereits vor zweieinhalb Jahren ganz konkret das Thema geförderter Wohnungsbau angegangen. Haben hier gezielt Grundstücke angebunden, gekauft und auch mit finanzstarken Partnern bereits die ersten Projekte realisiert und übergeben. Nur zum Vergleich, also geförderter Wohnungsbau heißt jetzt nicht, das ist der Sozialhilfeempfänger, sondern geförderter Wohnungsbau, das ist ein ganz normaler Alleinverdiener, verheiratet mit zwei Kindern, mit einem Jahresbrutto von 80.000 zum Beispiel. Das ist auch noch jemand, der im Bereich geförderter Wohnungsbau fällt, natürlich in der geringsten Förderstufe. Aber auch, das heißt, nahezu jeder Angestellte bei der Stadt, bei der Bank, wo auch immer, ist de facto ein potenzieller Kandidat für den geförderten Wohnungsbau. Weiß natürlich niemand und wird in dieser Form auch nicht genutzt. Es war immer naiv gefördert. Was bedeutet das jetzt genau gefördert? Wenn ich jetzt also sage, gut, ich habe jetzt ein Jahresgehalt von 60.000 als Beispiel, wie bemerke ich denn diese Förderung? Die Förderung bemerken Sie als Mieter darin, dass es gewisse Höchstgrenzen für die Miete gibt. Liegt aktuell bei, ich glaube, je nach Lage 10,30 Euro Neubauerstbezug. Und von diesen 10,30 Euro bekommen Sie noch einen Mietzuschuss von der Stadt Nürnberg zwischen 1 und 5 Euro. So, und wenn ich dann Neubauerstbezug bei 5,30 Euro bin, das ist deutlich ein geförderter Wohnungsbau. Ist nach außerdem, glaube ich, gar nicht so bekannt, oder? Sie haben sogar selber so ein bisschen gesagt, die meisten werden das gar nicht so kennen oder sich dafür interessieren, weil sie es gar nicht wissen. Also die meisten Menschen des, ich sag mal, normalen Mittelstandes interessieren sich für das Thema nicht. Das läuft sehr viel über die Stadt, über das Sozialreferat und über diese, zum Beispiel über Organisationen, wie zum Beispiel die Stadtmission. Das sind Einheiten, die Organisationen, die bemühen sich konkret um Unterkünfte für wirklich bedürftige Menschen. Und wenn wir mal ganz realistisch sind, wenn wir Menschen von der Straße runterbringen wollen, dann fangen wir von unten an und nehmen die ganz, ganz Bedürftigen. Und dann geht es langsam nach oben. Das heißt, der Ingenieur mit 85.000 Jahresgehalt, der fällt dann irgendwann weg, weil, sorry, es sind halt einfach keine Wohnungen mehr frei im geförderten Bereich für ihn. Wobei, er ist ja auch durchaus in der Lage, nicht 10,30 Euro minus 1, sondern dann zahlt er halt 11 Euro Miete und damit kann er auch noch leben. Also sehr spannende Themen. Mit Sicherheit könnte man dieses Gespräch weiter fortführen. Ich sage vielen, vielen Dank für die Informationen. Hat einen guten Einblick mal bekommen und wünsche Ihnen alles Gute. Schön, dass Sie da waren. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder zum Business TV Talk und wünsche Ihnen alles Gute. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ich bedanke mich auch. Auf Wiederhören. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.